Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BBQ Grillsampf Video. Mein Name ist Grillsampf. Wir machen heute einen Salami Snack und dafür bräuchten wir oder brauchen wir natürlich oder bräuchten wir natürlich Wir machen heute einen Salami Snack. Wir machen heute einen Salami Snack. Wir machen heute einen Salami Snack. Wir können doch Ketchup nehmen oder Mayonnaise.